Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Reflex Rhetorik Verkaufstraining to go. Mein Name ist Thomas Bautin und ich habe dir heute wieder ein spannendes Thema mitgebracht. Das Stichwort lautet Egozitate und der gesamte Titel heißt mit Egozitaten gewinnst du das Herz deines Kunden. Und wer so ein bisschen im Verkauf schon unterwegs ist, der weiß, jeder Verkauf ist auch Vertrauenssache. Und meine Fotografin, die ich damals mal in Hamburg hatte, die sagte immer, Thomas ein Lächeln verkauft 99 Pakete von 100. Und das Lächeln ist ja ein Synonym dafür, dass man ein freundlicher Mensch ist und Vertrauen aufbauen kann. Und deshalb, weil das das Grundgesetz im Verkaufen ist, deshalb reicht es eben nicht aus im Verkaufsgespräch nur den Verstand des Kunden zu adressieren und ihn zu überzeugen, sondern du musst auch das Vertrauen des Kunden gewinnen. Und in dieser Folge möchte ich dir mal eine clevere Möglichkeit vorstellen, wie du mit sogenannten Egozitaten Vertrauen aufbauen kannst. Und ich habe ein sehr schönes Zitat über Egoisten gelesen, weil das steht ja dahinter, Egozitate, Egoistenzitate. Da schreibt Ambroise Biers, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, ein Franzose, schreibt, ein Egoist ist ein unfeiner Mensch, der für sich mehr Interesse hat als für mich. Ja, Unverschämtheit, oder? Kann ich gar nicht nachvollziehen, dass jemand da mehr Interesse für sich hat als für mich. Komisch. Steigen wir mal ein, Leute. Überzeugen, das ist ja das Wort, wenn du dir das mal auf der Zunge zergehen lässt. Überzeugen hat eine, das Wort hat eine spannende Historie. Es bedeutet nämlich ursprünglich, jemanden vor Gericht durch Zeugen überführen. Und im Laufe der Zeit hat sich die Bedeutung des Wortes Überzeugen allerdings geändert. Wenn wir heute im Verkaufsgespräch einen Kunden sehen, der von einem Verkäufer überzeugt wird, da muss der Verkäufer dazu keine Zeugen finden, die gegen den Kunden aussagen. Ein Verkaufsgespräch ist ja schließlich auch kein Gerichtsprozess, obwohl am Ende, ja, da wird ja ein Urteil gefällt, kaufen oder nicht kaufen. Vielmehr versteht man ja heute unter dem Terminus Überzeugen die Fähigkeit, andere Menschen auf seine Seite zu bringen. Und typische Synonyme für Überzeugen sind dann auch Beeinflussen, Bekehren, Belegen, Unstimmen und so weiter. Und wir scheinen also heute beim Überzeugen völlig ohne Zeugen auszukommen. Allerdings wer sich ein bisschen mit Verkaufsrhetorik auseinandersetzt, der weiß natürlich, dass Zeugenaussagen die eigene Glaubwürdigkeit erhöhen. Heute führt man allerdings Zeugen nicht gegen den Kunden ins Feld, sondern gibt den eigenen Argumenten mehr Wirkungskraft durch sogenannte Fremdautorität. Zeugen werden also nicht mit ins Verkaufsgespräch geschleppt wie in so einem Gerichtssaal, sondern sie werden durch Zitate quasi hinzugebeamt. Zitate von Kunden, Erfahrungsberichte, Produktteste, all das sind die Zeugen von heute, die die Wirkungskraft der Verkaufsargumentation erhöhen sollen. Und deswegen werden diese Zeugen auch regelmäßig von Verkaufsprofis, sage ich mal, in Verkaufsgesprächen eingesetzt. Den wirkungsvollsten Zeugen allerdings übersehen die meisten Verkäufer. Denn der wirkungsvollste Zeuge im Verkaufsgespräch ist der Kunde selber. Und wenn der Kunde der wichtigste Zeuge ist, dann gilt die Prämisse, zitiere ihn. Nichts wirkt überzeugender, als wenn du deinen eigenen Kunden im Verkaufsgespräch zitierst. Und ich nenne das Egozitate. Mit Egozitaten, wenn du da die richtige Wirkungskraft entfalten willst, musst du gut zuhören. Wenn du also im Dialog mit deinem Kunden bist und der sagt was, was deine Argumentation unterstützt, dann solltest du dir das merken. Du musst dir quasi so einen mentalen Post-It dieser Aussage ins Gedächtnis kleben. Und im richtigen Moment kommst du dann darauf zurück, indem du sagst, sie haben eben einen sehr wichtigen Punkt erwähnt, sie sagten. Und das ist ein Hammer. Das wirkt, weil in dem Moment gehen die Augen auf, gehen die Ohren auf und es geht das Herz auf, weil wer wird nicht gerne zitiert? Der Kunde wird hellhörig und es ist ganz schwer, sich gegen die eigenen Argumente, die man selber vorgebracht hat oder die eigenen Aussagen, diametral entgegenzustellen. Da hört man automatisch zu. Ich mache dir mal ein Beispiel. Beispiel Trainingsverkauf. Stell dir mal vor, ein Kunde hat im Verkaufsgespräch vor ein paar Minuten zu dir gesagt, wissen Sie, Trainings, das ist schon eine gute Sache, aber ich habe auch immer das Gefühl, dass da ein Strohfeuer abgebrannt wird und dass nach dem Training alle motiviert sind, aber nach ein paar Tagen sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Mir fehlt da einfach die Nachhaltigkeit. Und jetzt könntest du natürlich gleich anfangen zu argumentieren. Du könntest vielleicht sogar, keine Ahnung, Zitate von anderen Kunden herauszaubern, die belegen, dass bei dir in deinen Trainings alles ganz anders ist. Wenn du aber die Wirksamkeit der Argumentation wirklich sehr stark erhöhen möchtest, dann würde ich dir raten, noch ein bisschen zu warten. Klebe diese Aussage auf deinen mentalen Post-it und warte auf den richtigen Augenblick. Und wenn der gekommen ist, wenn der Kunde zu Ende argumentiert hat, dann beginnst du in aller Seelenruhe deinen nächsten Satz mit dem Ego-Zitat. Sie haben eben ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Sie sagten, wir müssen eben aufpassen, dass das Training nicht zum Strohfeuer verkommt. Und ich glaube, genau da müssen wir auch ansetzen. Und ich würde Ihnen gerne mal was zeigen. Merkst du, wie natürlich, wie authentisch das kommt und wie wertschätzend das auch gegenüber dem Kunden ist? Und das funktioniert ganz hervorragend, kann ich dir aus eigener Praxis sagen. Das hat ja nicht viel mit Manipulation zu tun. Ich glaube, das ist einfach gute Kommunikation, die funktioniert. Das ist ja ein tolles Gespräch, wenn das so aufgenommen wird und einer da wirklich zugehört hat. Ist allerdings eine Blume, die nur sehr selten blüht, weil wenn man nicht aufpasst, denkst du eben zu viel über dich und deine Argumente nach und nicht über den Kunden und was er gesagt hat. Komm, ich mache dir nochmal ein anderes Beispiel. Ego-Zitate, zum Beispiel bei der Einwandbehandlung. Natürlich, du musst mit dem Einsatz von Ego-Zitaten nicht künstlich warten. Du musst das nicht künstlich hinauszögern, dass du sagst, oh, jetzt hat er was gesagt, in drei Minuten komme ich drauf zurück. Du kannst diese Verkaufstechnik auch sofort benutzen, zum Beispiel bei der Einwandbehandlung. Stell dir vor, du verkaufst Anzeigen und dein Kunde sagt zu dir zum Beispiel, wissen Sie was, ich glaube nicht, dass meine Kunden Anzeigen lesen. Ich selber lese auch keine Anzeigen und deswegen denke ich nicht, dass das ein gutes Investment ist. Und du kannst jetzt direkt mit dem Ego-Zitat kontern, dann würdest du Folgendes sagen, du könntest dann sagen, sie haben da eben was sehr Wichtiges gesagt. Sie haben gesagt, dass ihre Kunden die Anzeigen lesen müssen, damit sie ihnen was bringen. Und in der Tat, es gibt tatsächlich eine Gruppe von Menschen, die keine Anzeigen lesen, absolut. Aber um die geht es ja auch gar nicht. Es geht vielmehr um die Leute, die sie heute noch mit Anzeigen erreichen können. Ich würde ihnen gerne mal was zeigen. Und du hast sicherlich gemerkt jetzt, wenn du das nochmal, kannst du auch hin und her spulen, das ist ja das Großartige an so einem Podcast, dann merkst du, dass ich in dem Beispiel gerade nicht eins zu eins zitiert habe. Stattdessen habe ich eher so frei zitiert und mich auf den Kern der Aussage konzentriert. Aus ich glaube nicht, dass meine Kunden Anzeigen lesen, wurde dann, sie haben gesagt, dass ihre Kunden die Anzeigen lesen müssen, damit sie ihnen etwas bringen. Und das ist der Kern der Aussage, nimm dir ruhig diese Freiheit beim Einsetzen von Ego-Zitaten. Du entscheidest, wann und wie du deine Kunden zitierst. Und wenn wir jetzt da oben nochmal kurz drauf eingehen, bei diesem kleinen rhetorischen Kunstgriff, vielleicht hast du es erkannt, handelt es sich auch um ein sogenanntes Reframing. Statt den negativen Teil der Nachricht zu wiederholen, spreche ich die positive Absicht dahinter an. Gehe mal ein paar Folgen zurück, da habe ich eine Folge über Reframing gemacht. Auch ein super Werkzeug für deinen Verkaufswerkzeugkoffer. Wenn ich so über Ego-Zitate nachdenke, dann kommen mir im Wesentlichen drei Vorteile von den Dingern in den Sinn. Wenn du es nämlich schaffst, im Laufe des Verkaufsgesprächs deinen Kunden mit dessen eigenen Aussagen zu zitieren, dann würdest du da voll absahnen in allen drei Bereichen. Erstens finde ich, dein Kunde fühlt sich wichtig. Wenn du deinen Kunden zitierst, dann schmeichelst du ihm. Und ganz ehrlich, wer wird denn nicht gern zitiert? Das ist doch ein Beweis dafür, dass die eigene Meinung wichtig ist. Und es gilt hier immer noch der alte Grundsatz, gegen ein Argument kann man sich wehren, gegen ein Lob nicht. Ob der Kunde es nun will oder nicht. Ein Ego-Zitat wirkt wie ein Lob und es funktioniert deshalb sehr gut. Zweitens, dein Kunde fühlt sich ernst genommen. Wenn du mit Ego-Zitaten arbeiten willst, dann musst du halt gut zuhören. Du bist gezwungen, gut zuzuhören. Und schon allein das ist Grund genug, sich mit dieser Idee auseinanderzusetzen und anzufreunden. Denn gute Zuhörer sind rar gesät. Wer zudem noch intelligent zuhört, der weiß sich, finde ich, als ernstzunehmender Gesprächspartner und nicht einfach als Dampfplauderer. Drittens, durch die beiden ersten Punkte, erstens und zweitens, steigen deine Sympathiewerte. Gute Zuhörer wirken automatisch sympathischer. Und dieser Effekt ist nicht zu unterschätzen. Denn Verkaufen, das wiederhole ich ja immer wieder, ist auch mein Mantra. Verkaufen ist auch das Übertragen von Gefühlen. Und wer, ganz ehrlich, kauft schon einem totalen Unsympath etwas ab? Keiner. Sowas kommt vielleicht ab und an mal vor. Aber dann kauft man auch nicht wegen dem Verkäufer. Man kauft trotz des Verkäufers. Oder schon mal so jemanden gehabt, wo du trotz des Verkäufers gekauft hast? Ich schon. Ja, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr Sympathiepunkte. Gewünscht. Aber manche haben es eben einfach auch nicht drauf. Und deswegen sage ich, für solche Leute gibt es super Berufe mit Steinen und mit Holz. Warum macht ihr was mit Menschen? Das habe ich nie verstanden. Aber ich bin auch aus dem Alter raus, wo ich da Tipps gebe bei den Verkäufern, die vor mir stehen. Jeder hat das Recht auf seine eigenen Fehler. Abschließend möchte ich nochmal auf einen Punkt kommen, der unheimlich wichtig ist, um auch diese ganze Tragweite der Egozitate zu verstehen. Das ist ja eigentlich nur eine kleine, simple Technik. Da mag man meinen so, oh ja, ob ich das jetzt anwende oder nicht, ist gar nicht so schlimm. Würde ich dir zustimmen, wenn du das sagen würdest, wenn jetzt folgender Punkt nicht noch kommen würde? Weil mit Egozitaten erreichst du einen ganz anderen Entscheidertyp. Egozitate sind deswegen so wirkungsvoll, weil sie eben dort ansetzen, wo vielleicht andere Arten von Zitaten versagen, andere Arten von Argumentation versagt. Dazu musst du wissen, es gibt zwei fundamental unterschiedliche Entscheidertypen da draußen. Das sind sogenannte internale Entscheider, das sind Menschen, die internale Entscheidung treffen und sogenannte externale Entscheider, also externale Entscheidungstreffer könnte man sagen. Und internale Entscheider treffen ihre Entscheidung auf der Basis ihrer eigenen Werte und Kriterien. Externale Entscheider treffen ihre Entscheidung auf der Basis dessen, was andere dazu sagen. Und wenn du dir jetzt mal diesen Unterschied vor Augen führst, dann wird recht schnell klar, dass du externale Entscheider durchaus mit Dingen wie Kundenzitaten und ähnlichen erreichen kannst. Internale Entscheider hingegen hören auf ihre eigene Stimme. Bei denen würdest du mit Kundenzitaten, mit Produkttesten und so weiter, mit Referenzen auf taube Ohren stoßen. Und wenn du sie dagegen selber mit Egozitaten zitierst, dann dringst du bis zu ihnen vor. Einen Punkt, den du in deiner täglichen Verkaufspraxis nicht unterschätzen solltest. Es ist nicht so, dass es reinrassige externale Entscheider gibt oder reinrassig internale Entscheider. Wir sind häufig Mischwesen. Aber viele da draußen, die darüber entscheiden, ob sie dir was abkaufen oder nicht, haben schon eine Vorliebe zu dem ein oder anderen Ufer. Neufer ist jetzt schlecht gefehltes Wort zu der einen oder anderen Ausprägung. Also es kann durchaus sein, dass du da mit jemandem zusammensitzt, der eine starke internale Entscheidungspräferenz hat, so nennt man das. Und da ist es natürlich das Gebot der Stunde, diesen Menschen mit seinen eigenen Argumenten entsprechend zu hofieren, vielleicht auch zu konfrontieren und damit entsprechend Punkte zu machen. Bei externalen Entscheidern, da wirst du eben auch merken, dass du mit Zitaten und Referenzen und so weiter auch eine super souveräne Argumentation fahren kannst. Im Zweifelsfall. Im Zweifelsfall immer für den Angeklagten, da du vielleicht nicht ganz genau weißt, wen du da jetzt sitzen hast. Was spricht denn dagegen, beides zu machen? Ich finde diese Ego-Zitate, die kannst du zwischendurch mitten im Verkaufsgespräch raushauen. Du brauchst nur eins, du brauchst ein Stück weit Aufmerksamkeit. Du musst eben wirklich zuhören, was der Kunde sagt und du musst dir ein paar Dinge merken. Eigentlich, ganz ehrlich, sind das ja Selbstverständlichkeiten. Also wir sind ja alle damit ausgestattet, dass wir uns schon so ein bisschen merken können, was der Kunde gesagt hat. Häufig, wenn wir das nicht nutzen im Verkaufsgespräch, liegt das einfach daran, dass wir zu sehr fokussiert sind mit uns selber. Was ist unsere Argumentationsstrategie? Was ist mein nächstes Argument und so weiter? Das musst du natürlich früher oder später in den Griff kriegen. Ich sage immer, sowas muss automatisiert werden. Wenn du über Einwandbehandlung noch groß nachdenkst, während du sie ablieferst, dann hast du, ja, das hört sich jetzt böse an, aber ich will dir ja nur helfen, dann hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht. Also, du kennst ja meinen Spruch, 99% Transpiration, 1% Inspiration, so wird der Verkaufserfolg gemacht. Und deswegen ist ganz wichtig, wenn du jetzt sagst, Ego-Zitate, ey, finde ich super, finde ich spannend, dann probiere das mal in deinem nächsten Verkaufsgespräch auf. Aus, achte mal drauf, was der Kunde sagt, schnapp dir so ein Argument, was dir den Wind in die Segel bläst und sag zu ihm dann, Mensch, sie haben da irgendwas ganz Wichtiges gesagt und dann steigst du mit deiner Argumentation ein. Und ich gebe dir Brief und Siegel, das funktioniert richtig gut und es macht außerdem noch Spaß, weil du da in verzückte Augen guckst, weil sowas haben die meisten Kunden halt noch nicht erlebt. Herzlich willkommen in der Champions League der Verkaufsrhetorik. Leute, wir sind schon wieder am Ende angekommen von dieser Podcast-Folge. Wenn es dir gefallen hat, vielleicht hast du Bock, eine kleine Bewertung abzugeben bei iTunes, viel wichtiger, ganz ehrlich, ist, dass du diesen Podcast abonnierst, ihn regelmäßig hörst. Das ist das, was mir wichtig ist, weil nur regelmäßige Impulse bringen dich eben nach vorne, bringen dein Denk nach vorne und bilden auch neue Gewohnheiten, ja, weil wir sind ja alle Gewohnheitstiere und nicht auszudenken, was passiert, wenn du die richtigen Verkaufsrhetorik-Gewohnheiten quasi inhalierst und ohne großes Nachdenken tatsächlich abliefern kannst. Das wäre doch großartig, wenn ich dir dabei helfen kann, dann freut es mich. Wenn du Interesse hast, mal ein Thema zu lancieren, könnte man sagen, einen Themenvorschlag zu machen, wenn du an einer Frage rumknabberst, wo du gerne mal eine zweite Meinung hast, schreib mich gerne an. Also du kannst unter info-at-bortin-training.de alles loswerden, was du möchtest und ich lasse das dann auch gerne in die Folgen einfließen. Gar keine Frage, also scheu dich da nicht. Ich lese wirklich jede entsprechende Mail, die du da schreibst und sonst bleib mir gewogen und jetzt, guck mal auf der Uhr, wie spät es ist, ist Zeit für Umsatz. In dem Sinne, mach es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.